Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Forster. Ja, wir sind jetzt in der letzten Folge hier angekommen bei ihr im Zimmer. Jetzt schaue ich mal eben auf dem Map. Wir haben nichts auf der Checkliste. Ja, das hilft uns doch sehr weiter. Aber der Typ hatte uns gesagt, also dieser Verkäufer da oder was das sein soll, dass wir uns über den Zustand der Zimmer auf der Laufenden halten sollten. Keine Ahnung, dass wir uns die Zimmer auf jeden Fall mal angucken sollten. Das, meine lieben Leute, haben viele von euch sicher auch nicht mehr gekannt. Denn es ist eine Kassette. Die benutzt man schon seit Jahren nicht mehr. Wobei der eine oder andere von euch vielleicht sogar noch Kassetten benutzt. Das weiß ich nicht. Wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Ich habe hier keine mehr. Ich habe meine letzten Kassetten damals verkauft. Das waren noch meine, ähm, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg Kassetten. Das waren die ersten und letzten Kassetten, die ich hatte. Ich bin so in der Zeit dazwischen geboren, sozusagen. Da kamen nämlich schon relativ schnell die CDs raus, als ich dann was älter wurde. Ja, und das ist am Telefon. Noch eine Diskette, wollte ich eigentlich gesagt haben. Okay. Ich glaube so. Ich würde wissen. Ich bin so. Oh, genau. Oh, genau. Any reason for your call, Irving, from Federal, waschamacallit? Ich bin calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Okay, genug. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say 20 minutes. Oh. But, but the storm? Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware of that. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. I... You... Bye. Ja. Ähm. Hat die das Telefon jetzt mitgenommen? Okay. Ich würde sagen, dass wir nicht so freundlich sind momentan. Aber okay. Gut, wir müssen jetzt erstmal aus dem Chaos hier wieder rausgehen. Ja, das ist schon... Ja. Ich würde mich ja auch gerne noch mehr umsehen, aber bevor ich euch jetzt hier mit irgendwelchen langweiligen Details wirklich nerve. Langweilige Details wie zum Beispiel Mathematik. Ihr dürft gerne einen Screenshot machen und zu Hause nachrechnen, ob die Ergebnisse stimmen oder kugeln, was das überhaupt sein soll. Ich muss dazu sagen, ich war nur auf dem Gymnasium. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Sachen, die... Äh... Ist das verschimmelt oder soll das so sein? Okay. Wir lassen den mal hier. Ähm... Ja, wir sollen uns hier die anderen Zimmer angucken. Ich weiß nicht, können wir hier... Hier können wir auch mal eben öffnen. Ach du Scheiße! Ich habe ein einziges Mal habe ich ein... Äh... Okay, da will ich auf jeden Fall nicht einziehen. Ein einziges Mal habe ich mal eine Wohnung gehabt, die so eine ekelhafte Wand hatte. Das war aber noch diese kackbraune... Ähm... Diese kackbraunen Fliesen, die es früher mal gab in... Ja, Badezimmern, so vor 300 Jahren gefühlt. Ähm... Oh Gott, der Wasserhahn ist auch ungefähr gefühlt 300 Jahre alt, so wie der aussieht. Ach du Scheiße! Und das Ding auch! Eieiei! Geonats-Tabletten! Okay. Keiner weiß, was es für Tabletten sind. Und... Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht so genau, was das Spiel jetzt eigentlich von mir erwartet. Ob wir jetzt hier... Ähm... Was über den Vater herausfinden sollen. Oder... Ob wir... Medikamente... Ja... Ähm... Oder ob er jetzt irgendwas... Der nimmt aber mächtig viele Pillen. Vor allem auch mächtig viele verschiedene Pillen. Und raucht noch dabei. Ist natürlich keine gute Kombination. Ich schien auch irgendwie eine Katze gehabt zu haben. Die ich hier jetzt aber nirgendwo sehen kann. Okay, hier knackt es und kracht es irgendwie überall. Ich hab gesagt, ich möchte keine Herzattacke kriegen in diesem Spiel. Da kommt doch grad einer, oder? Oh, da ist ja jetzt nur was aufgeflogen. Da ist jetzt einer so beinahe da ist irgendwie. Hier kann man nicht öffnen. Warum steht da ich so laufen? Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ach, das knallt so. Okay. Ei, ei, ei. Also... Oh. Ich wollte grad noch sagen, besonders guten Zustand hat dieses Hotel, glaube ich, jetzt nicht mehr. Hallo? Hey, you still there? Irving? Huh? Oh, ja. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? Ah, uh, the snow piles up pretty quick, and some parts over 3000 feet are already icing over. I gotta risk it. Uh, you're not thinking of taking the car. Uh, yeah? Nicole, uh, listen. If your car, uh, breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Oh, uh, sorry about that. I, I just, uh... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously. If you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a, a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man... To, to do what? To try and stop me. Hey, uh, wait! Bye! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Jaja. Kein Thema. Fahr da mal durch den Sturm mit durch. Wenn alles vereist ist. Eieiei, also diese komische Tusse, die wir hier spielen, die ist ja grauenhaft. Haben wir denn immer noch kein Ziel? Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Hm. Und dann ist das Spiel zu Ende. Haha. Wahrscheinlich bleiben wir dann liegen. Ja gut, äh, wir machen jetzt erstmal das, was auf der Liste draufsteht. Wahrscheinlich... Wahrscheinlich... Bin ich jetzt hier richtig? Nee, oder? Doch, hier war ich aber eben. Ich kann nur hoffen, dass die jetzt nicht wirklich, äh, Vorrat wegzufahren. Ja. 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 Das Haus ist etwa 12 miles von der Hotel As the Crow Flies. Es ist 40 miles von der Straße. Es ist 40 miles von der Straße. Es ist nichts oder niemand in zwischen. Und das ist nicht eine gute Sache. Gott. Ich wusste es. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Ja, that was kinda bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen. I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Oh, fine. Ich sag also wirklich, nett ist sie jetzt nicht. Ja, das heißt, wir müssen wohl die Autoschlüssel. Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Ähm, das möchte ich aber gar nicht versuchen. Okay. I left this place ten years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole. I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father. Rachel. Hm. Achso, mit dem Rad. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Ja. Jetzt hab ich keine Checkliste mehr. Okay. Und nun? Ich weiß es noch nicht. 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 Sie wird besser. Wir sollen. Ich bin auf dem Tag. Ich bin auf dem Tag. Wenn du willst. Ich bin auf dem Tag. Ich bin auf dem Tag. Du bist sicher. Du bist sicher da oben. Es wird alles gut. Oh, okay. Und später. Hm. Ich bin auf dem Tag. 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 Shit. Also ich hab irgendwie so langsam... Oh. Ja, hallo. Weiter. Okay. Ich habe wohl zwischen diesen Büchern geschlafen, so wie es aussieht. Also ich habe irgendwie so langsam das Gefühl, wollte ich eigentlich sagen. Ähm. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. Five days might not seem like much, but the Timberline has an age. I don't know. When I lived here I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? Ähm, no. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh. I just... I'll call if I need you. Eieiei. Der Typ scheint mich ja wirklich zu mögen. Warum auch immer. Obwohl sie immer so ätzend ist. Okkulte Anatomie. Okay. Ach, das meinte die wahrscheinlich. Ich habe dann früher mal Eishockey gespielt. Ich denke mal, dass das mein Zimmer gewesen... Obwohl das eine sollte eigentlich doch mein Zimmer gewesen sein, hä? Leonards Tasse. Schon wieder die NASA-Tasse. Ok. Das scheinen mir Gedichte zu sein oder sowas in der Art. Oh, Poetien-Stars. Now... I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Gibt es mehr? Mehr für was? Ich kann das gut nachvollziehen. Hä, wieso geht die nicht jetzt? Okay. Also, ich brauche eine Dusche, aber zuerst muss ich den Heizofen anstellen, um heißes Wasser zu bekommen. Der Heizofen ist meiner Meinung nach der Raum gewesen. Dieser Elektrikraum in der Garage, oder? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, was er jetzt gesagt hat, wo er ist, oder ob er da irgendwas zu gesagt hatte. Fireplace ist ja... Ist das normalerweise nicht. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Okay, da muss ich jetzt zweimal Escape drücken, oder wie? Also, wenn ich hier die rechte Maustaste drücke und auch die linke, funktioniert nämlich nichts. Also komme ich nicht zurück. Wir versuchen es einfach mal im Keller. Okay, aber das scheint jetzt nicht der Raum zu sein. Aber wir können hier immer noch nicht rein. Es gibt auch keinen anderen Weg, da reinzukommen. Es gibt auch den Boilerraum. Da könnten wir mal gucken. Ja, Boilerraum hört sich eigentlich ganz gut an, ne? Für eine Dusche. Das war hier oben, meine ich. Ja, den können wir jetzt benutzen. Oh, ein altes Funkgerät. Bergbank. Dose mit Bohnen. Da sind sie auch schon. Und zwar aus Griechenland oder so, glaube ich. Könnte auch irgendwie, keine Ahnung, polnisch gewesen sein oder so. Also, was weiß ich denn. Kann man alles nicht lesen. Farbeimer. Okay. Das ist der Ofen. Zuerst muss ich den Heizofen anstellen. Ich denke mal, dass der Ofen jetzt hier gemeint ist. Ich denke mal, was weiß ich. Aber ich kann ihn nicht drücken, doch jetzt. Und hier ist er, in tip-top-shape, würde ich sagen. Du hast recht, die Furnace ist haunt. Jetzt hast du heißes Wasser. Du hast keine Ahnung, wie dankbar ich bin. Du machst nur mein Job. Okay. Das ist aber ziemlich laut hier unten. Das ist der Waschraum, okay. Ein bisschen müssen wir ja auch mal gucken, ne? Auf jeden Fall ist das hier wohl die Personalecke, so wie es aussieht. Ja. Was ist denn das hier? So eine Art Geheimtür, oder? Hm. Wir sind... Sind wir jetzt auf dieser Etage? Die Treppe hoch. Ich bin hundemüde. Ich werde mein Zimmer in der Master Suite schlafen. Ja, das können wir auch direkt machen. Aber ich würde eigentlich... Ach man. Ich würde eigentlich gerne wissen, was das hier ist. Das sieht so aus wie so eine Geheimtür. Hier kann man nirgendwo was drücken, so wie es aussieht. Ich gucke nur mal, ob man da... Aber da kommt man nicht von der anderen Seite ran, oder? Oh, was ist das denn hier? So eine Art Ballsaal, oder so. Okay. Oh. Ich muss aber ein bisschen aufpassen. Der Kronenleuchter liegt schon auf dem Boden. Hm. Also theoretisch müsste man, wenn, hier reinkommen. Da das aber nicht geht, gehe ich mal stark davon aus, dass man von der anderen Seite irgendwie reinkommen muss. Hm. Wenn es denn wirklich ein Geheimraum ist, ich weiß es nicht, aber das sah irgendwie so aus. Gibt ja... Auch hier sind wir. Gibt ja viele solcher Räume... Warum ist das jetzt zugegangen? Gibt ja viele solche Räume, ähm... Ja, wo man irgendwie gegendrucken muss, oder was weiß ich was. Und dann... Äh... Ich hoffe, ich finde jetzt überhaupt noch den Raum. Und dann öffnet sich sozusagen die Tür. Master Suite. Doch, hier ist es doch. Ja. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey! Listen, I just wanted to say... If I came across as obnoxious... No problemo. I get it. Almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat and I'm rambling. No. I... From the rumors that went around the valley about when you left the hotel. And all that rush. Well... Right. I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah. Well, thank you for listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Na, da wird da nicht noch irgendwie was laufen oder so zwischen den beiden. Kann ich denn den Tag irgendwie beenden? Oder? Ich glaube, ich bin das, oder? Wenn ich mich so umdrehe. Oder will die gar nicht hier schlafen, wo sie jetzt aufgewacht ist, sondern doch hier in dem Zimmer? Ich habe ihn aber nicht 완벽iert. Ich bin nicht Oceanic. Ich bin nicht der Gipf -, noch nicht der Gipf. Das Act sie mir gefallen. Beaumann. Ich hab keine grossen quar Zh impression. Ich glaube, ich habe mich Tack. Ich hab ihnAAAA燃onig. Und ich Ugh! Untertitelung des ZDF, 2020